Jetzt mache ich Bizeps Curls hier mal am Gerät. Das Gerät, das benutze ich nicht so oft und ich finde es immer wieder gut, wenn ich mal was mache, das ich nicht so oft mache. Dadurch habe ich die Möglichkeit, einen neuen Reiz zu setzen, meinen Körper etwas zu schockieren mit einer Übung, die er sonst noch nicht kennt. Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018